Halliherlöchen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Wildlands, ja, wir machen hier weiter Nein, nicht schütze, nein, aus, raus, raus Raus da, mein Freund Also, wir müssen hier hoch Oh, okay Darf ich mal reinschießen Bestätige, Ziel ist der Unidad-Kontakt Er führt uns zum Santa Blanca-Informanten Machen wir das sauber und nach Vorschrift Ups Ja, gut, ne Also, reinballern ist nicht gerade geil Ups Kann ja mal passieren Dann Lade mal ein bisschen Dezent, schneller, bitte Danke Unentdeckt Oh, Gott Das ist wieder so eine Mission Boah, ich hoffe, ich kann die Drohne da verwenden Ja, ich hoffe es Wie, ich kann die nicht verwenden Ja, aber ich kann die Drohne verwenden Bestätige, Ziel ist der Unidad-Kontakt Er führt uns zum Santa Blanca-Informanten Machen wir das sauber und nach Vorschrift Diga Hast du diesmal was Gutes? Der letzte Tipp war Mierda Yankee-Spion in der Unidad? Wie viele? Listo, listo 10.000 Dollar Nein, hier geht's nicht Wir treffen uns in der Hütte in den Bergen Bueno Bereit, auf deinen Befehl Ich frage mich, wie viele Leute Baumann hier draußen hat Solange sie in unserem Team spielen, beschwere ich mich nicht, wenn wir sie raushauen müssen Stimmt Wir finden den Unidad-Hauptmann und legen den Kartell-Informanten um Leg dich jetzt hin, Mann Der Hauptmann, er entwischt uns Was? Ach, komm schon Das kann doch nicht sie Hey Mann Scharfschütze, oben auf dem Turm Scharfschütze im Turm Suche bessere Schusslinie Roger Markiert Ich hab das Ziel Alles klar, geh in Position Gib Zeichen Erledigt So, bis jetzt wurden wir noch nicht gehört Geschweige denn gesehen Sehe ein Soldaten Er ist allein Beim Checkpoint Da ist einer mit Maschinenpistolen Gehe in Position Such eine bessere Schusslinie Da war auch noch einer Okay, Ziel markiert Zeig dich doch Mann, zeig dich Ich brauch eine bessere Position Ziel markiert Ziel verloren Was jetzt Ich hab das Ziel Tango getroffen Das war scheiße knapp Trotzdem ist da noch ein Dödel Der dann, ja, seine Eier chillt Komm schon Mach Hop Roger, ich geh in Position Da, Unidatsoldaten Bestätige Ziel ist der Unidatkontakt Er führt uns zum Santa Blanca Informanten Machen wir das sauber und nach Vorschrift Diga Hast du diesmal was Gutes? Der letzte Tipp war Mierda Yankee Spion in der Unidat? Wie viele? Listo, listo 10.000 Dollar Nein, hier geht's nicht Wir treffen uns in der Hütte in den Bergen Ich frage mich, wie viele Leute Baumann hier draußen hat Solange sie in unserem Team spielen, beschwere ich mich nicht, wenn wir sie raushauen müssen Stimmt Wir finden den Unidat Hauptmann und legen den Kartellinformanten um Das ist ja nicht so Stress Ich stehe Das ist ja nicht so Das ist ja nicht so Wir sind Ich sehe einen Unidad Soldaten. Ich sehe niemanden. Am Schießstand. Zurück mit dir. Sie werden dich sehen. Ah, was macht der? Los geht's. Und die ganze Zeit verfolgen. Oh man, das kann ja was werden. Was macht der denn? Also gibt er Gas und bremst ab? Oh man. Kann ich nochmal ein bisschen Gas geben? Meine Fresse. Ah, gib mal ein bisschen Gas, Junge. Er öffnet das Feuer auf diese Ärsche. Er öffnet gar kein Feuer. Na man. Aber wisst ihr, was ich eigentlich geil finde? Das Spiel ist einfach so riesengroß. Das ist unglaublich. Schaut euch doch allein mal die Map an. Wie viel haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Haben wir siegt. Es gibt noch so viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Da wird es ein bisschen mehr, aber keine Ahnung. Gut, dann geht man hinter seinem Auto. Gut, jetzt haben wir die Erlaubnis zu feuern. Hallo Leute. Ich sehe den Santa Blanca-Informanten. Erledigen wir ihn. Ziel erledigt. Ziel erledigt. Der Kartell-Informant ist tot. Unsere verdeckten Ermittler sind sicher. Wir suchen uns. Vorsicht. Fuck. So, erledigt. Alles Paletti. Haben wir das doch geschafft. Oh nein, ich will da nicht rein. Okay. General Baros Ex-Adjutant sitzt in einem Unidat-Gefängnis. Holen Sie ihn raus und befragen Sie ihn zu Baros aktuellem Aufenthaltsort. Will da nicht rein. Sehe ich gar nicht rein. Hm. Oh Mann. Warte mal, was ist, wenn ich hier jetzt zum Beispiel auf den hier gehe? Ah, der ist da oben, okay. Zeig mir dann an, wo er ist. Und die hier in der Mitte sind dann die größeren Verbindungen. Hier. Okay, die werden mir nicht angezeigt. Dann ist es doch eigentlich. Sinnvoller, wenn man die, der, ne. Das heißt, hier muss man hier die ganzen Einsätze machen von den, den Typen hier. Hier die Typen. Und dann kommt man näher an den. Und von denen kommt man an den. Und hier haben wir schon. Das heißt, der fehlt uns eigentlich nur noch den hier. Wo ist der denn? Da oben. Nächste Einsätze. Boah. Oder die Waldfee. Was war hier? Drohnen. Drohnen. Ich mach mal einen Cooldown rein. Mach mal einen Tano rein. Und das hier auch noch rein. Nachts echt noch mal rein. Ziellauer. Jetzt bin ich ja fertig. Gut. Dann wird's halt heute eine etwas kürzere Folge. Dann mach mal nächste Folge mit dem Lieutenant weiter. Und ja. Würde ich sagen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.